Die macht richtig Bock, Alter. Ohne Witz. Welche? Die vier Stück da? Wow. Ist sehr schwer. Und vier. So. Und jetzt? Und jetzt? Was ist jetzt los? Hallo? Ist dir schlecht? Hä, was ist denn jetzt? Hackts noch? Ah, wir sollen da gucken, was da passiert, oder was? Ja. Soll ich die jetzt abknallen? Ich könnte dem Sohn Headshot verpassen. Und dem auch. Und dem auch. Und dem auch. Und dem auch. Und BÄM, Alter! Aber die gehören offensichtlich zu uns, oder? Warte. Ich bin mir nicht sicher. Ja, die gehören zu uns. Ja, die gehören zu uns. Ja, die gehören zu uns. Ja, und jetzt? Soll ich vorgehen? Ja. Aber ich hab so's... Alter, die Maussensibilität, die gefällt mir grad gar nicht. Weil... Das könnte schon mal ein bisschen höher sein hier, ja? Wie gesagt, ich hab jetzt ne andere Maus dran. Und es hat gespeichert, tatsächlich. Ja, die ist doch frei. Warte mal, ich geh mir hier eben hin. Oha, was ist denn jetzt da passiert? Dass die Versicherung übernimmt, egal. Was siehst du, Blackburn? Scheiße! 1,4, warten! Feind voraus! Angreifen! Over! Orientiert euch an den... ... und in der Hälfte der Straßeskontall auf. Komm, schaltet ihn raus! Den hab ich. 1,4, ihr könnt los. Rücken jetzt vor bis zum OP-Pack. Over! Verstanden! Komm schon, los! Ja. Okay. Dann gehen wir mal da hin. Müssen wir ja. Weil sonst können wir die Mission ja nicht fortsetzen. Was ist das denn? Boah, ist das ein fester Turm. Äh, fetter Turm. Hoher Turm. Whatever. Wir sehen uns unten. Ja. Dann los. Ob ich mich das trauen würde denn echt? Alter, so ein Dach und... Oh mein Gott, Alter, ohne Scherz. Würde ich mir ja vorher selber die Kugel geben, Mann. WTF. Egal. Ja, würde ich auch sagen. Bevor die dann auch noch auf du mit denen kommst. Ich bin unten. Ich lauf hier hin. Die sehen uns doch schon nicht. Die ganze da vorne. Komm. Ja. Müssen wir da hin? Wie läufst denn du? Hast du die Hose geschissen oder was? Schneller. Los. Ich hebe dich drüber. So. Nee, da ist keiner. Schon richtig so. Jetzt komm mal hoch. Zack. Und klatsch auf den Boden. Noch nicht. Jetzt. Nee, doch. Jetzt. Gut, passt. Und zack. Joa. Neuf bei dem. Ja, den hab ich erledigt. Der liegt da jetzt erstmal gediegen rum. Sollen wir die abknallen? Nicht? Nee, wahrscheinlich vorbeirennen, oder? Ja. Die kommen schon nicht zurück. Die sind ja da hinten noch am Start. Komm jetzt mal. Mach halt mal schneller. Bist du da, wie du da oben bist? Ja, klar. Nimm zwei Stufen gleichzeitig. Ja, hoch. Los. Schneller. Los. So schnell schon oben. Aber tatsächlich schnell. Egal. Egal. Juckt mich nicht, ganz ehrlich. Es juckt mich nicht, so. Wo? Wo sind... Wo geht's hier weiter? Wo? Ah, da waren wir auch schon mal. Straße vor uns. 50 Meter rechts vom Bett. Scheiße. Mach sie kalt. Schnell. Pff. Guter Schuss. Doppelkill. Easy. Der ist zwar nicht schwer. Ja, das sowieso. Ich mein, ich hab die beiden ja jetzt ausgeschalten. Da scheint niemand zu laufen. Also passt das doch, oder? Also passt das doch, oder? Ja, das geht natürlich wieder nicht kaputt. Aber ich muss anscheinend jetzt mal runter gehen. Als erstes. Wird ja auch mal Zeit. Nein. Wow. Das war jetzt nicht so clever. Ah, cool ist Bauchlage. Danke. Jojo, passt. Die haben uns schon nicht gesehen. Hauptsache wir gehen... Geh chillt da hoch und werden nicht gedeckt. Und wenn's uns, wird's uns schlecht. Das kann ich dir gleich sagen. Und jetzt? Es schüttet hier schon die ganze Zeit. Das ist nicht gerade prickelnd. Das ist echt nicht gerade prickelnd. Ja. So. Ich schätz mal, wir müssen hier rein, oder? Nein, verstanden. Okay. Passt das ja. Da oben kommt einer, oder da läuft ja gesagt einer. Ja. Sagen wir es mal so. Auch die Mission, ey. Ohne Schätze hab ich immer verkackt. Ja, und jetzt? Bäm, Alter. Bäm, 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 bäm. Nicht. Doch. Fast. Alter, boxe in meine Reihen, Mann. Was soll denn der Scheiß? Was will der Wichser denn? Ja, ja. Oh, da hört man's schön, ey. Alter, what the fuck. Wenn das nicht mal weh tut. Scheiße, bissel dich mal. Ja, ja. Ach, schmeiß doch mal das Messer weg, Alter. Richtig unnötig wieder. Weißte Hauptsache, hier fast abnippeln. Da drüben, in den Kanal. Aber egal. Bleib in meiner Nähe. Bleib in meiner Nähe. Ja, ja. Chill. Was macht der da? Ah, okay. Ich geh mit dir. Das ist mir sicherer. Boom. Nice. Willst du vor oder ich? Na dann halt du. Von mir aus, wenn's sein muss. Sind die da oben? Nee. Ja, anscheinend doch, aber nee. Nee, nee, nee. Einfach nur nee. So. Hä, wo denn? What the fuck? Ich seh sie einfach nie, weißt du? Und da müssen wir jetzt hoch, oder was? Zack, 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 zack. Kommst du? Oh, Lull. Du bist ja schon oben. Was ist denn jetzt los? Ey! Was? Kannst du mich verarschen? Ich konnte eigentlich gar nicht entdeckt werden. Das ist eigentlich unmöglich. Ja, der hat eine Granate geschmissen, wenn wir jetzt irgendwie Angst machen. Keine Ahnung. Aber wir sind in Entdeckung, da kann uns schon mal nichts passieren. So. Nachladen kurz. Wo müssen wir hin? Oder hab er gesagt, wo muss ich hin? Ja, dann weiß ich nicht. Ich geh, sagen wir mal hier lang. Ah nee. Ah nee, ich muss ihm folgen, Lull. Na dann, dann sag doch mal aus dem Fischloch. Aber okay. So, wo gehst du denn lang, mein Freund? Ah, die haben geile Waffen. Aber ich glaub, die sind nicht schallgedämpft. Sagen wir's mal so. Alter, was willst du denn jetzt? Wo ist denn der Pisser? So. So. Das ist auf der anderen Seite der Gebäude hier. Wir kürzen hierdurch ab.